Moin, mein Leute, und herzlich willkommen nach über einem halben Jahr endlich wieder zurück zu Omsi 2. Oh mein Gott, ja, es ist wirklich so lange her. Ja, ehe man sich versieht, vergeht ein halbes Jahr. Irgendwie, dass Omsi jetzt die ganze Zeit nicht gekommen ist, liegt daran, dass zwischendurch leider Folgen ausfallen mussten aus irgendwelchen Gründen, aus technischen Gründen oft. Und dass ich irgendwie dieses Abwechseln zwischen Susi und Omsi nicht so ganz auf Reihe gekriegt habe, das habe ich dann irgendwie auch vergeigt. Ja, und ehe man sich versieht, ist ein halbes Jahr vergangen ohne Omsi. Ich hoffe, ihr freut euch damit umso mehr, dass wir endlich wieder Omsi anschmeißen. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich hoffe, das wird in Zukunft auch wieder vernünftig laufen. Ich wollte eigentlich gerne nach Bremen, das funktioniert aber nicht. Und jetzt haben wir es fucking ein, nur in der Nacht. Und ich bin hier in Berlin und versuche, irgendwas für euch zu liefern. So, okay, wir setzen uns einfach mal unseren Leasing-MN rein und schmeißen ihn auch direkt an. Denn ich glaube, ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt noch ewig zu warten. Direkt erst mal ein Fehler. Also ich habe das Gefühl, in Omsi können noch ein paar Fehler passieren. Also irgendwie... Also... Ich weiß nicht. Wir fahren jedenfalls heute die N13. Wollen wir mal kurz gucken, ob ich das geschildert kriege. 0,1 vielleicht haben wir das. Eingabe okay, sagt er. Waldschenke, jawohl, das passt. Ja, nur dummerweise wird jetzt draußen nur 13 dran stehen, ne? Ich weiß nicht, wie ich das N reinkriege. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, noch ein paar Minütchen. Aber wir haben noch zwei Minuten. Und das Ziel geht irgendwie nicht. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ich komme mal kurz... Ich werfe mal kurz einen Blick ins Handbuch. Da finden wir vielleicht den Sonderzeichen-Code fürs N. Müsste ja irgendwo eigentlich zu finden sein. Ich hoffe doch, dass man das hier irgendwo findet. Äh... E-Visir-Routes. Dann lass mal sehen. Was steht denn hier so schönes drin? Aha, aha, aha. Wo steht denn die N13? Ich will wissen, wo die N13 steht. N13, N12. 9. 912 steht hier. Also wir haben die N13, aber ich denke mal, dass wir dann mit 913 wahrscheinlich dann ein N schildern könnten. Ne, Bock hat. Ja. Und? Da zeigt eine 913. Na, natürlich. Wahrscheinlich müsst ihr da ins Handbuch schauen von Dings, wo das klappt. 913, also irgendwie richtig. 110, 086 sind die Zielcodes, ne? Ja. Ja, okay, cool. Ja. Mal schildern will er draußen nicht. Ich hoffe aber, die Fahrgäste konnten hell sehen. Ja. Hm. Okay, jetzt haben wir noch eine Minute. Dann schmeißen wir mal einen Gang rein. Weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Und warum ist das Spiel so unfassbar laut? Gib mir einen Moment. Das muss aber mal leiser hier. Meine Fresse, das sprengt mir die Ohren weg. Äh, ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch voll aufgedreht. Warte. So, zack. Schon besser. So, was sagen sie? Wollen sie hier schon einsteigen, oder? Ich weiß nicht, ob sie hier schon einsteigen wollen. Stehen sie denn irgendwo hier? Das sehe ich jetzt nicht, ne? Muss ich ernsthaft noch umdrehen? Ich bin fast so vor, als müsste ich noch umdrehen, ne? Okay, dann machen wir das mal. Muss ich wahrscheinlich echt nochmal eine Runde umdrehen. So, Licht sollten wir vielleicht auch nochmal anschalten, ne? Hab gehört, das soll ganz praktisch sein, mit Licht zu fahren. Ja, genau. Der Shepard ist schon ordentlich hinten. So, wir wollen hier gerade mal kurz gucken. Genau, wo müssen wir denn jetzt halten? Nehmen wir an, das ist da. Ups, ja. Oh, das Lenkrad-Set, äh, quietscht auch fröhlich vor sich hin. So. Sieht richtig aus. Hier wollen scheinbar Leute rinnen. Oh, opa. Oh. Guten Abend. Guten Abend. So. Immer gespannt, wie das heute läuft. Ich kann auch leider jetzt meine Schummel-Information nicht benutzen. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie warm oder kalt es jetzt im Bus ist. Und ich werde die Ahnung noch nicht haben. Äh, seien die Fahrgäste beschweren sich, dass es zu kalt ist oder zu warm oder... ...zu warm-kalt oder zu lauwarm oder... ...so, es ist, ähm... ...so, gut, wir müssen dann hier also scheinbar nach links. Meine Güte, warum quitscht das Lenkrad-Set denn heute so? Ey, ja, 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 gut, es hat jetzt auch ein halbes Jahr lang im Prinzip keinen Einsatz gehabt. Weiß ich verarschen, es gibt heute so ein Kack-Auto. Also, ja, komm, pisse ich da jetzt hier, komm. Los, mal hin, ne? Meine Frisse, ey. Aber immer eine gemütliche Fahrt durch den Abend, ne? Und die Autofahrer denken sie auch so, nö. Jetzt geh ich dir auf die Nerven. So, Sounds funktionieren, Mikrofon geht, ja gut, ist jetzt vielleicht nach, äh, weiß ich nicht, sechs Minuten Zeit auch ein bisschen spät zu gucken, aber zum Glück funktioniert ja alles. Ja, ich... Ich bin jetzt auf alle Probleme gefasst und alter, warum ist der so laut? Ich soll kurz den Stereo-Effekt, glaub ich, mal ein bisschen hochdrehen, damit wir hier vorne nicht so bombardiert werden mit unglaublich lauten Geräuschen. Ja. Gut. So, und dann fahren wir jetzt also durchs nächstliche Berlin. Die ganze Fahrt dauert etwas über eine Viertelstunde. Und wir kriegen so ein paar lustige Fehler noch zwischendurch reingehauen. Ja. Ich weiß nicht, was damit aufsiehört, aber möglicherweise muss ich mir wirklich mal die Mühe machen, um sie leider mal wieder neu aufzusetzen, weil irgendwie scheint das hier und da ein bisschen broke zu sein. Man muss ja auch mal gucken, was für eine Version ich gerade drin habe. Vielleicht habe ich irgendwie die Straßenbahn-Version drin und da funktionieren vielleicht ein paar Sachen nicht so ganz, wie sie sollten. Ist eine Möglichkeit. So. Gut. Jetzt haben wir eine Haltestelle, aber da will niemand rein und wir haben auch keinen Haltewunsch. Also pushen wir einmal Raststrand vorbei. Die Ampeln hier sind aus. Oh, gemütlich. Es hat schon was, wenn man hier wirklich so durch die Nacht fährt und... Guck mal, ich fahre sogar auch nur 40, weil wir jetzt schon eine Haltestelle überspringen konnten. Fahre ich jetzt ganz gemütlich mit 40 hier lang cruisen. Einfach nur, damit wir auch nicht zu viel Verfrührung bekommen letztendlich. Freuen sich vielleicht auch die Anwohner, dass ich ein bisschen leiser unterwegs bin. Wobei wir 40 dürfte das möglicherweise... Ah, wobei, nee, wir sind gerade im unteren Drehzahlbereich, ja. Unteren Effizienzbereich halt. Daher sollte ja eigentlich, denke ich, die Emission ganz okay sein, die wir hier gerade... ins Wohngebiet... strömen. So. Hoppa. Legi, leck, leck. Immer noch niemand rein und immer niemand raus. Ist gut, dann fahren wir natürlich weiter, ne. So einfach geht's. So, und wir fahren hier mit dem hübschen MAN von Sobo. Starnsdorf, schwarzer Weg. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass wir noch den guten Berliner kriegen. Den guten Berliner MAN, weil die BVG hat ja durchaus auch zeitweise ein MAN bei sich fahren. Auch entsprechend mit der schönen gelben Lackierung und so'n Spaß, ne. Ne, da ist eine Dame hier rein, gut. Und den hätte ich halt gerne gefahren, weil der hatte, also zu dem gehören, glaube ich, auch andere Türen. Ich glaube, der hat da nämlich ausgeschleppt. Ist ja immer noch, glaube ich. Ist ja immer noch laut. Alter, oah. Ich muss, ich muss, ich muss, ich... Oh Gott, das ist ja, das ist ja viel zu laut, das ist ja... Kannst du da nicht machen, ey, jetzt ist da... Pff. Hey, wer soll dat denn hier, wer soll dat denn hier? So. Guten Tag, die Dame. So. Ich bin schon, ja, ist immer noch ein bisschen laut. Ja, so, da sind wir wieder on the way. Aber noch ein bisschen zu früh, komm, jetzt kommen wir auf 30 runter. Wir stören ja gerade keine Autofahrer, guck mal, fahren wir jetzt ganz gemütlich. Und werden dann die Verfrührung hoffentlich langsam los. So. Und da ist irgendwie auch eine Kreisverkehr-Ausfahrt, aber... Scheint irgendwie gesperrt zu sein. So. Naja, die typische OMSI-Performance, ne? Man liebt sie. Irgendwie immer noch niemand raus, ne? Ne? Oder irre ich mich da? Nein. Und dann alle noch gemütlich mitfahren. Ja. Joa, hier ist irgendwie eine Ampel dann wohl für den Feuerwehreinsatz. Das war doch mal was. Ramrad-Brücke. Oh. Diese Verfrührung plötzlich her in meine Güte. Ja. Gut, das war eindeutig, ne? So. Jetzt wurde die Verfrührung einfach einberechnet. Einfach nur wegen dieser Ampel. Das wäre doch mal was. So. Jetzt müssen wir also hier irgendwie schon mal lang fahren. Kleinen Umweg machen zur Ramrad-Brücke. Und dann müssen wir gleich wieder die ganze Straße, die wir hier gerade runterfahren, wieder zurückfahren. Um dann da hinten links abzubieten. Weiß das ja echt. Wie soll ich denn hier jetzt? Da hinten muss ich scheinbar irgendwo umdrehen. Ach du meine Güte. Das ist ja mal exotisch hier. Ja. Oh Gott. Oh Alter. Ich erschrecke mir mal wieder von diesem Lärm, den der Bus immer macht. Ich verstehe, wo die Verfrührung herkommt. Jetzt halt diesen Umweg halt haben. Wir müssen ja mal zur Ramrad-Brücke. Da hinten. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ein Termin ist, müssen wir sogar vorbeifahren. Wir müssen glaube ich noch an der Ramrad-Brücke halten. Ja, nee, nix Wartestraße. Äh, nö. Ja, schon besser. Das müssen wir nämlich hier immer nach links. Und ich glaube eigentlich nur, um umzudrehen. Also eingetragen ist die Haltestelle, aber ich sehe den Sinn halt nicht. Wenn wir hier jetzt quasi halten, bei diesem Ramrad-Brücke, dann quasi, wenn wir umgedreht haben, kommen wir wieder an einer Haltestelle vorbei mit dem gleichen Namen. Ich denke, ich verspringen das hier einfach mal und hoffe, dass das richtig ist. Und wir fahren genau auf Halschrom-Buch. Glaube ich zumindest. Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir sind genau falsch rum hier. Ja, genau. Guck, sie sehen, sie ist nämlich die Parkplatz-Einbahn. Es ist spät. Ich darf das. Ja, guck mal, hier ist ja sowieso niemand, der sich drum kümmert. Siehst du? So. Dann nochmal nach rechts. Da kommt kein Auto. Rechts kommt auch keins. Dann können wir uns hier die ganze feine Straße nehmen. Wir müssen in aller Ruhe hier einmal ordentlich rumzulenken. Da hinten steht noch so eine Rambradbrücke Terminus. Weil wir enden hier ja nicht. Wir fahren ja weiter. Das heißt, ich fahre jetzt hier vor. Hier lasse ich die Leute dann auch raus. Und dann haben wir leider sogar manuelle Türen. Ich weiß nicht, wie es bei den Leasing-Dingern aussieht, aber das hätte ich beim normalen, beim richtigen BV-Gler dann gehofft, dass das auch schön automatische Türen sind. Ich genieße das immer so. Befrühung, ja, okay. Die haben wir gleich wieder raus. Notfalls halten wir halt bei Havelstraße im Moment. Oh, Alter, aber es ist so laut, ey. Es ist alles so laut. Kann der Bus mal bitte ein bisschen leiser scheppern? Pff. So. Gut, dann machen wir hier wieder unsere Runde. Guck mal, können wir uns immer noch ein bisschen langsamer und gemütlicher fahren, ne? Guck mal, vor allem, weil die Taxifahrer auch immer Vorfahrtsregeln nicht kennen und deswegen absoluten Scheiß veranstalten. Mein Gott, der fährt, der, Leute, ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich geh kotzen. Ich geh kotzen. Zwölf Minuten, ja, danke. Ja, danke schön. Ja, danke schön, nämlich. Oh Gott, jetzt muss er aber abhauen, bevor der nächste Linksabbieger wieder auf. Dummi, den kommt hier aller weh. Weh. Ich steig aus und prügel den. Boah. Ey, so eine Kacke, weißt du? Nicht nur die Taxifahrer kennen keine Vorfahrtsregeln, auch die KI nicht. Scheint ein Problem damit zu haben, als Linksabbieger zu warten, wenn sie auf einer Vorfahrtsstraße sind. Ja, zack. So schnell holt man sich natürlich zwei Minuten Verspätung rein, ne? Warum nicht? So schnell holt rein, ne? so ja eine gemütliche fahrt durchs nächtliche berlin dachte ich aber natürlich sind genau die idioten von autofahrern alle wach klar ja und ich wollte so richtig schön gemütlich auch ein bisschen die fahrt genießen sollte jemand raus will jemand rein will ja ne er ist zu spät gedrückt freundlich und am nächsten halter aussteigen jahnstraße nee wir sind bei striewitzweg so so gut so Jetzt kommt die Jahnstraße, jetzt hast du recht So Ja Boah, dieser alte Wunschton ist so eklig Ah, die Performance von oben, ich liebe sie Wir können aber nicht zufällig was machen, wenn ich meine Einstellung wieder reinpacke, oder? Und dann ist es auf magische Weise auch gleich ruhiger Oh doch, die Einstellung bringt sogar was, guck an Sieht ja schon mal wieder vielflüssiger aus jetzt, ne? So Ja, gut sagt der und kriegt den Leck Ja, wenn man einmal um sie loben, ne? Dann kriegst du direkt den Grund dagegen So Hoolstorferplatz, also So 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 Zuhu. So, und da sind wir dann auch schon am vorletzten Halt gleich. Manni will bei der Straße, aber ich glaube wir kriegen die Ampel noch bevor sie rot wird. Boah Manni, geh halt einfach bei rot rüber, wenn da halt gerade niemand da ist. Simple Lösung. So. So, aber nee, unser Manni will ja ein gutes Vorbild sein, ne? Dann macht sowas nicht. So, wie zu Hölle ich jetzt hier schaffen soll abzubiegen, ohne... Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Autos neben mir, ne? Ich habe das Glück, ich habe keine Autos jetzt neben mir, das ist sehr schön. Ah, aber hier siehst du, er wurde auch großzügig Platz gelassen. Fürs Abbiegen, ups, ja, Lenkrad findet das auch toll. Ja, ich merke, oh, ich merke auch schon, oh, warum der Platz so großzügig war. So. Da muss es ja wirklich echt alles ausnutzen, meine Fresse. Zack, da will niemand rein, niemand raus, gut, dann fangen wir weiter. So geht's ja. So. S-Bahnhof, Teltow-Stadt, Gonfrey-Wil-Straße. Mhm. Wirklich. Leck, leck. Zack. Oh. Jetzt kommt niemand, oder? So, gut. Hat niemand gesehen, ne? Hat niemand gesehen. Ups, geht das? Fürchte... Ja, das nicht. Jetzt haben wir es. Ja, ich wollte mir eine Einfahrt zu früh raus, scheinbar. Ups, ja. Gut. So, naja, aber ging mir noch ganz gut. Das ist auch gleich ruckzuck. Am letzten Halt. Ja, das Ibis hat schon weitergestellt. Für die Rückfahrt, aber die werden wir nicht machen. Denn wir haben jetzt so schwer eine halbe Stunde gebraucht, für eigentlich eine Fahrt, die dachte ich eigentlich nur 15 Minuten dauern würde, aber gut, scheinbar nicht. Ja, ich denke aber auch, durch die Lecks von Omsi verlierst du schon einiges an Zeit. Das denke ich schon. So, wie kommen wir jetzt hier am besten ran? Ja, irgendwie so, ne? Ja, guck mal, hier kriegen wir sogar kleine 481er als Sitzbänke, wie schön. So. Ich glaube, raus sind sie eh alle schon. So, aber genau, jetzt steigen die zwar ein, aber wir machen ein Feierabend an dieser Stelle. Oh, ich kann da plötzlich doch schildern. Was ist denn da los? Kann da plötzlich doch ein Ziel schildern, ne? Das ist doch unfassbar. Okay, ja, aber das reicht dann auch für heute. Ich danke also fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.